Besser, wenn du einen super Breiter hast. Also erst mal das Spiel nutzt das, ja? Also das ist nicht einfach für schwarz, sondern da ist Inhalt. Ja. Und was siehst du denn da bei dem Shooter? Mehr von links und rechts. Mach doch mal dein Spiel auf 4 zu 3. Mach es dann auf 16,9 oder mach... oder was auch immer. 4 zu 3, 16,9, fast dasselbe. Ja, genau. Was war das denn? Ich fahre hier ganz zahmlos, so wie die Strecke, und auf einmal kommt von der Seite ein Bischop eingehüpft. Sie sah aus wie Rotwild, was vors Auto springt. Der musste zwar die eine, ich kann es kaum Abkürzung nennen, aber nicht bekommen haben und wollte dann zurück auf die Strecke, und dann kam der da so angehüpft. Sie sah echt aus wie ein Reh oder sowas. Das klingt so, dass er noch ein Ziel tragen könnte. Nein, kann ich nicht. Ah, Sky, herzlichen Glückwunsch. Du bist's weiter!